In diesem Video werden Sie ein Tool für das kollaborative Schreiben anhand eines Beispiels kennenlernen. Wir befinden uns auf der Seite Kompetent in Technik und Sprache, kurz KITZ vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung. Hier finden Sie kostenfreie und datenschutzkonforme Web-Tools für einen kollaborativen Unterricht. Unter anderem gibt es hier KITZPAD. KITZPAD basiert auf der quelloffenen Software Etherpad. Es bietet eine kollaborative Schreibumgebung, in der mehrere Mitarbeitende in Echtzeit gemeinsam schreiben, kommentieren und die Ergebnisse exportieren können. Das Tool ist auch unter dem Link pad.kits.blog zu erreichen. Um ein KITZPAD anzulegen, müssen Sie einen Namen dafür wählen. Das Anlegen eines Pads kann auch von den Lernenden selbst gemacht werden. In beiden Fällen ist es sinnvoll, den Link zu speichern, zum Beispiel auf einem Übersichtspad oder als Lesezeichen, damit er nicht verloren geht. Jedes neue Pad ist bis auf einen Hinweis zum Datenschutz komplett leer und kann nach Bedarf gestaltet werden. Je nach Browser kann die Darstellung der Elemente variieren. Bei diesem Beispiel handelt es sich um ein kollaboratives Schreibprojekt von zwei Schülerinnen und Schülern. Ihre Aufgabe ist es, zu den im Pad stehenden Fragen die Antworten schriftlich zu erarbeiten. Die Lehrkraft hat hier die Aufgabenstellung sowie die Fragen bereits ins Pad geschrieben. Je jünger die Lernenden, umso strukturierter sollte das Pad sein. Ältere Lernende können ermutigt werden, ihr Dokument selbstständig zu strukturieren und aufzubauen. Ganz oben im Pad können Sie die Regeln für den Umgang des Pads ergänzen, die Sie vorher mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet haben. An den unterschiedlichen Farben ist sofort zu erkennen, dass es eine Unterscheidung zwischen den Autorinnen und Autoren gibt. Je nach Lernsetting können die Lernenden anonym bleiben oder ihren Namen eintragen. Nichtsdestotrotz kann jede Person mithilfe der Farbe den Überblick über den eigenen Inhalt behalten. Der Chat kann zur Kommunikation genutzt werden. Beispielsweise können die Lernenden sich zur Aufgabe absprechen oder sich gegenseitig Feedback geben. Außerdem können die Lernende und Lehrkraft miteinander kommunizieren. Wie bei anderen Texteditoren gibt es eine Werkzeugleiste, mit der Sie und die Lernenden den Text nach Wahl formatieren können. Die Kommentarfunktion ist ein hilfreiches Werkzeug für das kollaborative Arbeiten und fördert zugleich eine lösungsorientierte Kommunikation. Die Lehrkraft können beispielsweise den Lernenden Feedback zu ihren Arbeiten geben. Die Lernenden können bei Gruppenarbeiten sich untereinander Feedback geben. Ein kollaboratives Dokument endet sich fortwährend. Manchmal ist es für den Lehr- und Lernprozess sinnvoll, Momentaufnahmen festzuhalten. Durch den Bearbeitungsverlauf können Lehrkräfte die Kollaboration zwischen den Schülerinnen und Schülern schnell nachvollziehen. Zum Beispiel, ob sie bei einer Aufgabe mehrfach umformuliert haben oder welche Aufgaben als erstes gelöst wurden. Darüber hinaus kann das Pad in den Einstellungen individuell angepasst werden, zum Beispiel im Aufbau oder der Darstellung. KidsPad eignet sich auch deshalb gut als ein Kollaboration-Tool, weil Inhalte niedrigschwellig importiert oder exportiert werden können. Bestehende Dokumente in verschiedenen Formaten können in Etherpads umgewandelt werden und umgekehrt. Somit können die gestalteten Texte am Ende von den Lernenden als PDF gespeichert und ausgedruckt werden, um sie in einer Mappe abzuheften oder auf einer Wandzeitung oder einem Poster zu ergänzen. Sie haben nun die kollaborative Schreibumgebung KidsPad anhand eines Beispiels kennengelernt. In der Praxis lässt sich KidsPad noch vielfältiger einsetzen. Es ist ein hilfreiches Web-Tool für die Implementierung der 4K-Kompetenzen, kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration, nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer.